ach so das ist ja jetzt alles hier haha warte mal wie ging das also hier ist waffe wechseln oh mein gott der ist schon so anfängst wie da da habe ich schon keinen bock mehr hier ist eine pistole kann ich jetzt die englische version hören? ja ja klar ja ja vor allem warte mal kann ich irgendwie noch einmal rum zu ballern irgendwie ist das zu hell warum habe ich denn das bild so hell gemacht keine ahnung warte mal jetzt sehe ich nichts mehr das wird ja das wird ja heute nichts hier auf was hast du? naja gut das werde ich jetzt nicht alles senden warte mal so bewegt man sich ok so ist spurten so ist schießen was war hier? hier waren granaten ja gut ich nehme rechts du nimmst links ne? ja und los boah haha ich schlag mich jetzt schon kaputt hier boah das kannst du voll vergessen momentan hier ja ich treff gar nix haha äh nein ich fahrt vergetten man duge haha 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 ist das schlecht hier ist so geil ja 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 haha wir waren hier für 6 Sekunden ja haha 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 ich hab aber zwei Sterne gekriegt ich hab aber zwei Sterne gekriegt haha ja